Liebe Eltern, liebe Schüler, herzlich willkommen zu unseren diesjährigen Klavierprüfungen. Leider findet es wieder per Videoaufzeichnung statt. Sie sehen, ich bin hier in unserem normalen Prüfungsraum. Die meisten Kinder haben auch auf diesem Klavier gespielt, aber wir mussten leider einen Videozusammenschnitt machen und Sie sehen heute unsere Prüfungen als Aufzeichnung. Die Chirurgen werden das Video gleichzeitig mit uns sehen und dann ihre Bewertungen stellen und wir alle hoffen, dass diese musikfreie Zeit oder Zeit auf Entfernung bald aufhört und wir uns wenigstens im Sommer hoffentlich zu einer richtigen Prüfung oder zu einem richtigen Konzert wieder live alle sehen können. Zunächst hören wir die Schüler, die ohne Bewertung spielen. Zu Beginn hören wir Christina Rosé. Sie ist sieben Jahre alt und hat Unterricht bei Yuri Naradovich. Sie spielt ein traditionelles ukrainisches Volkslied. Musik Wir sehen uns anschaut. Wir sehen uns letztlich an euch. Wir sehen uns aus. Als nächstes hören wir Anwar Umarow. Er ist neun Jahre alt und hat Unterricht bei Ksenia Polyakova. Er spielt für uns eine Etude in C-Dur von Nikolaev und den Marsch aus dem Kinderalbum von Dmitri Shostakovich, Op. 69, Nr. 1. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt hören wir Hannah Mehl. Hannah ist zehn Jahre alt, sie hat Unterricht bei Ksenia Polyakova und sie spielt für uns von Peter Tchaikovsky die neue Puppe. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Jetzt hören wir Julia Levitsky. Julia ist 13 Jahre alt, sie hat Unterricht bei Ksenia Polyakova und sie spielt für uns von Frédéric Chopin Walzer in H-Moll, Opus 69 Nummer 2 und von Glinka Variationen über ein russisches Volkslied. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Amen. 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 Nun hören wir Jamilia Mumuni. Jamilia ist 14 Jahre alt, sie hat Unterricht bei Frau Xenia Poliakova und sie spielt für uns von Ludwig van Beethoven Klaviersonate in F-Dur Nummer 2, Op. 10, daraus den dritten Satz, und von Peter Tchaikovsky, Dezember aus die Jahreszeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Nun hören wir Alia Mumuni. Alia ist 16 Jahre alt. Sie hat Unterricht bei Frau Ksenia Polyakova und sie spielt für uns von Franz Liszt Romanze in E-Moll und von Baniewicz Überschwemmung aus den Petersburger Blättern. Schleifung Vierge Möge Vierge 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie hat Unterricht bei Frau Ksenia Polyakova und spielt für uns Von Johann Sebastian Bach, kleines Präludium in C-Dur Von Wolfgang Amadeus Mozart, Variationen über das Glockenspiel-Thema Und von Robert Schumann erster Verlust Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er spielt für uns Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Amen. Jetzt hören wir Miron Wattlin. Miron ist elf Jahre alt und hat mit dem heutigen Vorspiel Anspruch auf die Aufbaustufe 2. Er hat Unterricht bei Frau Marina Ganapolska und er spielt für uns. Von Moszkowski, Etude in G-Dur, Op. 91, Nr. 7. Von Johann Sebastian Bach, Dreistimmige Invention in G-Moll, Nr. 11. Von Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonate in G-Dur, Nr. 5, Köchelverzeichnis 283, daraus den ersten Satz. Und von Felix Mendelssohn Bartholdi, Lied ohne Worte, Estur, Op. 53. Von Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonate in G-Dur. Von Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonate in G-Dur. Von Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonate in G-Dur. Musik 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 Zum Abschluss der heutigen Klavierprüfung hören wir Antoni Lea Wagner Antoni ist 17 Jahre alt und hat mit dem heutigen Vorspiel Anspruch auf die Aufbaustufe 2 Sie hat Unterricht bei Frau Marina Ganapolska und sie spielt für uns von Johann Sebastian Bach Präludium und Fuge Gizmoll aus dem wohltemperierten Klavier Band 1 von Josef Heiden Sonate in S-Dur Hoboken Verzeichnis Nummer 16 52 Nummer 62 von Johannes Brahms Intermezzo in Amol aus den sieben Fantasien Opus 116 und von Mettner Canzona Serenata Opus 38 Nummer 6 von Johannes aus dem sieben Fantasien und amorten von Mettner in Amol aus dem sieben Fantasien Untertitelung des ZDF, 2020 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 Liebe Eltern, liebe Schüler, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören, den Juroren vielen Dank fürs Bewerten und wie gesagt, hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal in persönlicher Form. Auf Wiedersehen.